doch genau da will ich ja hin sie kommt ja hinterher er hat zu gelernt was ist denn hier los habe ich zu grillparty aufgerufen oder was gut jetzt ist besser nee nee das ist nicht so gut ich nutze bloß meine möglichkeiten aus ne da hab ich mich gerade erschrocken und so darf ich auch mal rumballern jetzt können wir weiter ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu night of den kabin wie ihr seht ich bin vorbereitet denn wir haben heute eine kleine tour vor dazu kommen aber gleich weil ich muss mir noch ein paar sachen besorgen denn die nächste wille ist ja mit giants und da will ich gerne krachende zeug haben sag ich mal so dazu müssen wir hier im buch abholen oder dazu kommen wir hin zu dahin zu gut ich lasse mal so stehen aber ich brauche erst mal eine batterie denn das wird nämlich strom fressen und ich möchte gerne die button die raketen seitlich hinstellen also weit weg von der base die natürlich auch aber dazu kommen wir später wieder so eine platte die wäre lustig eine platte die wäre schön und dann bau ich die mal schnell direkt daneben alle blödsinn der spieler will abbauen trading kann ich ja nicht machen die kann doch kuppel kuppel herstellen also eine spule ist ja schon teurer fünfe wird mir nichts wehe jetzt umwandeln dann kann ich die spule machen oder dann ist schon zappen dusch aber wie gesagt ich habe nämlich alles schon soweit denn nun jetzt sagt nicht ich habe jetzt ich habe die baren um mir wandelt idiot und jetzt noch mal also ich hätte jetzt gerne den impuls transformator dankeschön was brauche ich denn noch und lass mich raten ach so da brauche ich auch kuppel dann hat sich das erledigt ich wollte nämlich in der zeit wo wir unterwegs sind auch ein bisschen strom darin ballern obwohl du bist eigentlich trotzdem reichen müsste trotzdem reichen aber bin mal so und dann hätte ich das spiel einfach nur so ganz einfach wo sieht es klaus klaus war blind ich habe noch nicht mal mein inventar gemacht also nicht so wirklich oh mein gott und wie gesagt ich muss eigentlich noch ein buch holen ja keine zeit für sowas ich habe es aber auch schon wieder richtig perfekt hingestellt war also richtig schön blöd so habe ich jetzt muss grün ins blaue die frage war das jetzt richtig angeschlossen dass ich das hier irgendwie abgeklemmt habe das grüne geht da darin da 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 glaube ich das war richtig wird sich später ausstellen gut dann schmeiße ich mal hier die ganze lump rein Da kann ich ja eh noch mit anfangen jetzt. Wollt ihr da eigentlich die Batterie aufwerten und all das so was? So eine Gita aber auch. Also, passieren mehr drin. Stimmt, da wollte ich ja später eigentlich für die Plattform so ein Aufstellen. Wollte ich alle schon fertig haben. Nichts funktioniert hier. Auch scheißen Dreck. Hat er nämlich schon Stress gehabt. Wie immer. Ja, ich habe nämlich gestern eine Fehlerkorrektur gemacht bei Steam. Und ich muss dazu eben sagen, dass ich eigentlich die Spiele alle auf Admin laufen lasse. Dass ich vielleicht einen Performance-Schub kriege. Also, ich habe mir eingebettet, dass es so funktioniert tut. Es funktioniert auch irgendwie so. Aber dumm ist nur, wenn Windows sagen tut. Nicht Windows, Steam. Ja, ich setze Admin schnell mal zurück. Und du stehst dann da, wie du da stehen tust, ne? Und das Spiel funktioniert nicht mehr. Beziehungsweise funktioniert aber nicht komplett. Weil die war komplett spielterfasernackt. Außer auch Schlüppi und BH und so. Aber alles Inventar leer, alles. Hatte ich schon rumgeflucht und wollte das Spiel beenden. Weil ich gedacht habe, das ist vom Spiel ein Fehler. Mitgekriegt habe. Das liegt daran, dass ich kein Abmänn mehr bin. Oh ja. War ja ein Schildscheißer. Ich habe ja immer noch den Kabel in der Hand. So. Dann kann ich noch ein bisschen Kuppa mitnehmen. Fleisch habe ich auch hingepackt. Und ab jeder. Et. Noch eine Jans. Den Rest noch umwandeln. Und zwar im Benzin. 90? Ist nie wenig. Dann haben wir weniger Stress. Aber wie ist, wenn wir noch irgendwie sammeln? Alter, sieben Uhr. Jetzt aber ZZZZZZ. Da wohnt nie glatt das ganze Rennmädel. Hä? Ja, nee. Ist klar. Das ist kein Schwein. Das ist eine Bergsicke. Ach, weißt du was? Mach doch, was du willst. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn heute hier los? Ich glaube, das Spiel hat sich gegen mich verschworen. Oder jetzt einfach nicht mein Tag. Da hätte ich eine Sau haben können. Spiel ist doch gut. Wir haben es doch mitgekriegt. Du hast kein Bock. Alle, dude. Ja, sobald ich renne. Das will einfach nicht, dass ich renne. Sollte ich das Spiel wohl genießen. Achi. Genießen. Nicht er niesen. Na, gut. Na, warte. Er kommt aus der Stadt ran. Ey, da ist er. Da ist er. Ich kenn den. Den hab ich schon mal gesehen. Ich frag den mal von wo. Und er ist nicht der Einzige. Die kommen aus der City hier heran. Und bilden sich sonst was ein. In dem Moment, ich muss mal kurz hier ein bisschen lauter drehen, weil ich höre ja nicht. Das ist ja so leise. Ich wundere, das ist auf sechs. Dann ist bei mir auf zwanzig, dass ich auch was höre. Dass ich die Zombies besser höre. Oder den. Oh, warte mal. Niede ist falsch. Na, das ist aber... Hallo? Das soll der geilste Scheiß sein. Kannst du jetzt nicht... Kannst du doch jetzt so nicht machen, Junge. Hab ich mir wohl auf den Arsch gesetzt? Ey, was soll denn das? Hör auf zu spucken, du alter kleiner Pottsau-Arsch. Dreckenkacker. Tanzt sich da hinten hin ab. Runter, Mitte rüber. Na gut, wie gesagt. Der Flamme, der ist noch nicht... ...auf der Höhe. Die müssen wir erst noch... Gut, dann kann ich aber so in den Beinen besinnen. Gut, ich lasse es. Nimm ich ab und zu mal ihn mit. Oder so. Oder zwei. Oder drei. So, ich brauche hier ganz, ganz dringend... Wie gesagt, auch Eisen. Und Kuppa... Weil, wie gesagt, Kuppa brauche ich für die... Nee, Moment mal. Das war ja bloß Eisen, ne? Ich glaube, für die... Nee, für die Raketen brauche ich alles. Stimmt. Für die Railgun. Die... Die alles kaputt gemacht hat. Bei meinen anderen Bays. Nee, da brauchst du bloß Eisen. Das stimmt. So, bitte einmal die sieben. Da ist nämlich Eisen. Und dann die zwölfte Welle. Mit Trains. Das wird bestimmt interessant. Wo sind denn? Nee, das ist ein Bolzen. Ja, nicht falsch machen. Gut. Weiter geht's. Voller Tatendrang. Ohne Munition. Ja, ja, toll. Das bitte. So, ich geh mal die... Ich umgehe mal diesen Zaun. Okay, die Zucke, die Bums. Valera. Und Valeri. Und Valeri. Schubtidu. Und Schubtidu. Und Schubtidi. Und sich das Spiel Welle eingekriegt hat. Denn du, denn... Denn ist aber... Schicht, denn ist aber... Wird hier ein ganz anderer Wind. So, warte mal. Ich muss hier hinten durch. Und denn da hinten rum. Im Krankenhaus. Ob hier ist schon einer durchgewuchstellt. Die ganzen Autos sind ja schon kaputt. Ja, wie gesagt, mit dem Mikro... Klar, keine Ahnung. Äh, das ist... Das ist auch für mich ein Ab. Aber ja, was ich mache. Das wird nicht besser. Und ich habe einige Sachen versucht. Ja, wie gesagt. Ich brauche unbedingt eine neue CPU. Wie gesagt. Du hast ein 6 Kerne. Aber das reicht immer noch nicht. Wenn man überlegen tut. Was wir damals gespielt haben. Für PCs. Ein Intel... Äh, Core hier. Zwickern und so. Und das habt ihr recht. Na gut. Ist ja noch in der Entwicklung das Spiel. Äh. Sollte ich? Mit Schwert? Naja, irgendwann muss ich mich ja mal dran gewöhnen, ne? Bewegung ist das Rätsel. Ja, okay. Doch nicht. Bewegung ist immer scheiße, ja. Die nächste. Was ist denn hier los? Keine Zeit, Mädel. Stopp, Leiser. Sehr gut. Und ich habe auch nichts nebenbei auf oder so, wo ich sage, jo, das frisst auch noch Leistung oder so, ne? Ich habe nur das Bier an und Steam. Und OBS. So, nö. Also Schatten konnte ich nicht deaktivieren. Ist ja nicht mehr vorhanden. Keine Ahnung, warte, das... City ist irgendwie schlimmer geworden. Also viel, viel schlimmer. So eine Rucklad, die ich im Krankenhaus gehabt habe. Aber dann eh mal und dann war Feierabend. Ach, keine Mucken, Junge. Ey, der ist schon tot. Ist der nächste. Würde ich gesagt auch hier nicht looten, ne? Das war ja nicht mein Plan. War da hinten ein Messer, Johnny? Ja, ist auch hier, ne? Da steht ja auch da. Das wird mal umgehen hier. Geh mal bei olle Mutschen rin. Ja, ne. Lieber abbrechen. Ja, du hast Hände. Ich weiß, ich habe es schon gesehen. Deine Kumpelin hat schon mit nach mir geschlagen. Also hier einfach mal durchzuruschen. Zu ruschen. So, da ist doch... Genau, da will ich ja hin. Sie kommt ja hinterher. Sie hat zugelehrt. Hey, hey. Keine Gewalt. Außer sie geht von mir aus. Warte mal, ich muss mal kurz hier... ...dahrungstechnischerweise... ...ein paar Sachen umstellen. So, jetzt muss ich ja eigentlich bloß hier rin. Genau. Und dann haben wir ja alle... ...dann haben wir Munition und Superspitze und so, ne? Aber ich muss mir da erstmal durchwurschteln. Aber dass die da bleiben. Wo sie jetzt sind. Geh auch hier mit dem Arsch an die Wand. Naja. Habe ich jetzt keine Lust? Da sind ja noch mehr. Naja, gut. Was habe ich erwartet? Ich muss hier erstmal alles clearn. Oh ja. Ja, auch noch von hinten. Das ist jetzt aber ungünstig. Warten Sie mal bitte. Ich muss mal kurz hier auf die 5 drücken, wenn es möglich ist. Und dann kann ich mich nicht rennen. Dann machen wir hier nämlich eine kleine Dancing-Show. Es wird jetzt langsam ein bisschen überfüllt hier. Aber zum Glück, ich habe ja alle mit bei. Oh, noch mehr. Was ist denn hier los? Habe ich zur Grillparty aufgerufen, oder was? Ah, da hinten ist jetzt auch da. Ist ja immer richtig Hammer. Oh, gut. Jetzt kommen sie alle. Ah, jetzt ist es so spät. Ui, 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 ui. Das ist aber dumm. Nee, nee, nee. Lade mal gut sein. Ich gehe... Ach, Mensch. Du kommst auch ja nicht weg. Das kannst du vergessen. Wie sie reagieren mit einer Maus. Das ist richtig geil. Äh, ich meine mit einer Hand. Gut, jetzt ist es besser. Nee, nee. Das ist nicht so gut. Die müssen dann auch alle auf EMA kommen, wa? Die können sich nicht aufteilen. Abstand. Bitte Abstand halten. Dankeschön. Mal kurz was schnappulieren. Warum müssen die ausgerechnet heute kommen? Also jetzt meinte ich. Nee, bleib da mal hinten. Hab ich jetzt schon mit Sphere gekämpft. Und... Nein, nein, nein. Und da steh ich. Willer Lebensenergie. Hast du ein Glück, habe ich das alles vorbereitet. Was soll denn das? Lass dich mit dem Fußboden. Ich hab nicht so viele zum Essen mit bei. Woll mal, komm ich hier hoch. Hier. So, erstmal musst du weg. Und bitte... Komm jetzt nicht hinter mir, aufgetaucht. Ach so, das sieht ja hier. Wie tue ich das? Das hab ich ganz vergessen. Nee, ich muss die erstmal wegkriegen. Gut, ich nutze bloß meine Möglichkeiten aus, ne? Ich würde natürlich auch nicht sterben. Wäre aber cool, wenn er mal sterben würde. Ich hab bloß noch 200. Könnt ihr's mal, bitte? Der andere Dude, der steht da. Ist das jetzt... Warte mal, ich muss mal arbeiten. Das geht so nicht. Warte nu. Stehen sie da und singen. Und ich brutze sie von nah und fern. Denn ich hab nur den Ehenbogen. Das ist scheiße. Na, komm her. Noch ein Stück. Dankeschön. Geht so vielleicht einfacher. Dankeschön. Und für dich jetzt genau dieselbe Schose. Nee, noch ein Stück. Noch ein Stück. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das geht. Ja, also der Bogen. Ich meinte der Flammenwerfer. Weiter, weiter. Und ich bin noch nie mal drin in den... Dings. Oh, Alter. Oh, Alter. Da kommt aber auch jeder an, wa? Kunz und Kunz. Ich sag es euch. Eigentlich müsste ich darin marschieren können, jetzt ohne die geringste Gegenwehr oder so. Okay, ich hab nochmal einen Helm gekriegt. Wow. Genau, den hab ich gesucht. Alter, weiter. Und dann noch richtig schöne Zucke-Action. Das ist richtig... Kommt richtig geil. Naja, wenigstens. Hoffentlich hat sich das gleich gelohnt. Also wird sich der gelohnt haben. Also, wir kommen rein. Anni, looten. Invertal ist voll. So wie gesagt. Ist doch immer so leer hier. Ich seh an die Wieso. Ja, zum Glück hat er die Flammen, die... Also, der Flammenwerfer, der hinten so schnell alle. Nase juckt. Alter, du bist noch nicht mal drin und bist schon völlig fertig auf dem Appel. Nein, nicht zumachen. Du sollst bloß alle Biedentüren aufmachen. Für mich besser. Kann ich besser sehen. Einschätzen und so. Einen Schritt hin, gehen zurück. Dann will er hin, dann zurück. Mal, hallo, das ist halt der Sohn. Zwei, drei Schritte hin und her, oder was, oder wie? Aber ich brauche jetzt mal ein bisschen Munition. Das ist ja... Ich habe ja nichts mehr. Warte mal, die Nahrung kann ich überhaupt umstellen. Zwei, fertig. Ich muss meinen Nahrung umstellen. So. Achso, das gibt ja bloß Ausdauer. Naja. Oh, jetzt bist du dran, ja? Brutzi, Brutzi. Naja, gut, wie gesagt. Ist erst Stu... Ups. Ist erst auf Stufe 2, ne? Ich darf da keine Wunder erwarten. Noch nicht. So, ich gehe aber will auf Bogen, ne? Hat irgendwie besser funktioniert. Wange ich das habe, nutze ich das. Der nächste Treffer. Vier, vier einfacher. Vor allen Dingen vier, vier schneller. So, jetzt muss ich erst mal mir hier durchfräsen. Wie gesagt, das Ding ist ja auf der zweiten Etage. Uch. Aber ich kriege denn Material alles. Munition alles schön. Was ist denn das für ein Eierkopf? Achso, ich muss ja ein bisschen was runterstellen. Schwierig. So, warte mal. Ich gehe mal hier. Drei wählen und nachladen. dass er am Dampfen... sein wird. Wie hier oben. Nee, äh, Kisten meinte ich. Na, hier doch mal auf. Ich drück da schon. Vielleicht mal die Munition weg. Total radikal. Aber ich krieg ja will er Sachen wieder. Was ist das Schöne hier? Oh, einsammeln. Äh. So. War gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich habe damit gekriegt. Wollte gerade einsammeln und hat nicht funktioniert. Nee, warte. Ich habe mir eigentlich die Bilder, die ich habe gerade übersehen. Schöne Munition. Da ist das doch auch schon, das Buch. Das nicht immer oben? Also rein theoretisch könnten wir jetzt schon wieder nach Hause. Aber ich will die Munition auch nicht hier liegen lassen, ne? Das wäre zu schade. Na, sammeln. Weil in den Spiegel auch Benzin und so, ne? Weil da ist eh ein zwei Benzinschienen hier drin, in diesem Gebäudchen. Baumaterial natürlich hoch. Ja, ja, gut. Die Helligkeit lässt ein bisschen hier zu wünschen übrig. Also wie gesagt, Munition ist das hier ein Klaraffenland. Oh, nee. Klaraffenland wehrt sich. Gehen Sie zur Seite. Wie na? Ich muss mal hier die Plätze tauschen. Dankeschön. Oben. Geil. Einfach nur. Geil. Ja, komm rum. Ich hab Hände. Seht. Okay, danke. Weg. Ja, komm rüber. Dankeschön. So, schnell ihn sammeln. Na, wie gesagt. Den Licht, das find ich hier noch ein bisschen schwierig. So, da ist nochmal Katana. Nö. Weiter geht's. Wieder haben wir 12 Uhr, Alter. Mann, 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 Mann. Der Vorlauf hat. Ein wenig gedauert. Ah ja, gut. Oh, da haben wir Schmelzi. Nee, ist nicht Schmelzi. Werde ich mal ins Licht. Das ist ein bisschen Sonne ab. Hier war doch eigentlich auch nur immer Version-Worat. Oder auch nicht. Doch, passen, Pfeil. Wie ist das, Miler? Dankeschön. Mal kurz in den Knast. Nie fahre hinein. Ui. Alter, hab ich mich grad erschrocken. So, warte mal. Und so darf ich auch mal rumballern. Oh, jetzt können wir weiter. Gut, die anderen sind auch da. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Oh, nicht, Junge. So, warte mal. Ich muss mir da mal auf harte Bandage. Das kann doch nie wahr sein. Was ist denn heute hier los? Also, heute ist nie so richtig... Mögen sie nicht. Oh. So, wenn's so weiter hinten tut, können wir gleich wieder zurück. Na, gleich so. Äh, ja. Machen wir was. Okay, schön. Na gut, man hätte vorher rin kicken sollen, wa? Das wär wahrscheinlich cleverer gewesen. Ah, ich bin gespannt, mit wann will er rauskommen. Auf jeden Fall Benzin. Benzin. Das sollte machbar sein. Laser-Schwert muss... Äh, Licht-Schwert muss auf jeden Fall... ...jans nach oben getragen werden. Von unten so runter. Plupp. Voll in die Face. Kannst du mir jetzt was? Nischt. Jetzt ein bisschen wat. Gut, äh... Beine Hand. Hat er auch mal nen Kopf. Er ist jetzt weg. Er selber dazu zu schreiben. Ups. Na ja, gut. Boah, zähl. Alter, Kacka. Oh, ich geh gleich nach Hause. Wenn das so weiter hinten tut. War, geht nicht mehr. Komm da raus. Werde ich da reden? Achso, der ist dahinter. Ich wollte gerade sagen, kriegt man in der Falle? Sehr fast funktioniert. Komm auf, Digga. Wir müssen miteinander reden. Ja, schön. Hier spreche ich. Oh, das ist ein normaler Knifter. Hab ich aber halt schon ein bisschen Mujion. Ja, Benzin und Jokorie. So, okay. Wie gesagt, die anderen müssen das nicht mehr sehen. Dankeschön. Und das war er. Solle Zungen-Eli. Komm mal rüber. Zungen-Eli wurde entschärft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ohne Zunge ist sie nicht dieselbe. Jetzt kommt er wieder dran. Äh, Schmelzface. Aun. Wie gesagt. Letzene Uhr. Naja. Muss ich nachher nochmal wieder kommen. Also 14 Uhr müssen wir auf jeden Fall zurück. Wie gesagt. Ich muss noch ein, zwei Sachen aufstellen. Könnte eh ins vier Sekündchen dauern. Das wie hier ist nichts. Die sind auch nicht lootbar. Ach, da ist noch was. Alter, das ist ja anstrengender als die Hochhäuser zu looten. Das war dafür auch lohnenswerter. Das war schon wieder so. Ich geh die Kopf nach und. Im Fall hier. Dankeschön. Das war knapp. Ja, ja, warte mal. Ich muss mal erstmal Pfeile einsammeln, weil sonst hab ich ein Problem. Oh, gut. Ja, ja, warte mal. Nee, nee, lass das machen. Das war so klar. Ihr musst jetzt auch in den Kopf schießen. Sonst kannst du das nicht abbrechen. So. Wo sind denn die? Und da ist eh. Ja, schön. Oh, nee, alles. Shit, da war noch ein Pfeil. Da unten. Und da. Ja, ist hochweg. Ja, wie gesagt, mit dem Bogen, wenn du alle wieder einsammeln kannst, so wenigstens halbwegs einsammeln, kommst du eigentlich sehr, sehr gut mit Pfeile durch. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Und den hinterm Tisch auch nicht. Jetzt machst du weg. Hunger. Dankeschön. Ist der wieder ins Büro gegangen? Oder versucht der gerade von hinten? Der ist vielleicht hier drin, wa? Nö. Na gut, hier ist aber auch nichts. Und der andere Auto, der kommt nämlich gleich. Tö, 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 tö. Ja, ja. Ja, nochmal. Jetzt verpasst du immer. Mit ausweichen. So. Nehmen wir mal die 8. Sind besser. Eh schon. Nee, da sind keine Schränke zum Looten. Das ist nur. Naja, wir machen auch hier unten komplett rum. Dann müssen wir an die nächste Etage später machen. Irgendwann mal. Aber wie gesagt, das Hauptbuch haben wir ja. Der ist wirklich, habe ich auch in der anderen Grunde, wa? Der Raum ist ja voll. Alter, ich fräse mir hier mit die Pfeile durch. Euer Saat. Pfeile best ever. Ne? Nichts. Ihr Saat, in so einer enge Räume ist es besser, wenn du eine Eco-Perspektive machen tust. Hier. Kannst du besser kontrollieren. So lange was zum Kontrollieren gibt. Sag ich jetzt mal so. Oh, äh, nehm ich? Ich muss noch mal hin, die Plattform bauen. Ich muss noch die Raketenwerfer bauen. Munition. Außer. Bloß den Loot gesehen. Gut, ein bisschen Benzin habe ich auch bekommen. Na gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt erst mal Feierabend. Äh, renne nach Hause. Dann bauen wir morgen das noch auf. Und dann... Dann geht's los. Ich hoffe, da hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Also, ich bin raus. Tschüüüüüüü! Vielen Dank.